Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es immer noch natürlich um Season 2 und die neuen Endbosse. Und heute ganz explizit zwei Themen. Einmal ganz genau, wie ihr die Endbosse herausfordern könnt und wie ihr die Materialien für die Endbosse bekommt. Da gibt es nämlich noch ein, zwei kleine, wichtige Informationen, die in den Patchnote stehen. Und dazu, welche Urnen-Effekte es gibt. Vielleicht auch für euch interessant, ob ihr euch den Battle Pass, Premium Battle Pass holt oder nicht. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Battle Pass, weil das können wir schnell abfrühstücken. Das ist relativ easy. Es wird so sein, dass ihr in der Saison wieder saisonale Sägen habt. Ihr werdet die Aschen früher bekommen, als es in Season 1 war. Das wurde schon angekündigt, dass ihr früher die saisonalen Sägen freischalten könnt. Dafür braucht ihr diese Asche. Und es wird so sein, dass zwei Stück von den fünf hier bleiben. Also die, die wir schon haben, bleiben. Und es gibt drei neue. Ich glaube, ich gehe davon aus, dass Erfahrung bleibt und Gold bleibt. Weil das sind zwei sehr, sehr wichtige Dinge für die Season. Und diese drei hier werden ersetzt. Und die werden ersetzt durch Urne of Blood, Urne der Helltheid und Urne of Swift Travel. Urne of Blood ist relativ easy erklärt. Und zwar könnt ihr in diesen Höllenflutereignissen mehr Blut bekommen. Das ist es. Dann Urne der Helltheid macht, dass ihr eine Chance habt, aus den Kisten ein zusätzliches Item zu bekommen. Das Item ist immer legendär oder besser. Und Urne of Swift Travel ist relativ uninteressant. Macht das das Mount, also euer Pferd, schneller wieder aktiv ist. Wenn ihr vom Sattel gestoßen werdet, wenn ihr absteigt oder irgendwas anderes. Können wir vorstellen, dass es da vielleicht wieder 50% gibt. Das würde bedeuten, wenn ihr vom Mount, also von eurem Pferd, eigenständig absteigt, könnt ihr nach zweieinhalb Sekunden wieder drauf. Kommen wir zum nächsten Teil. Und ich finde, der ist viel interessanter. Und zwar, wie können wir Endgame-Bosse herausfordern? Und da gibt es gerade bei zwei Bossen was ganz Interessantes. Wir gehen mal einmal durch. Also es gibt einmal Grégoire the Galvanic Saint. Den gibt es natürlich nur im Weltschiff 3 und 4, ist klar. Und was ihr braucht, ist Living Steel von den Helltide Offerings. Das heißt, aus den Truhen in der Höllenflut. Bedeutet, wenn ihr in der Höllenflut eine Truhe aufmacht, werden dort lebendes Stahl drin sein. Und mit diesem lebenden Stahl, wie viel wissen wir noch nicht, könnt ihr Grégoire herausfordern. Echo of Varshan, ebenfalls Weltstufe 3 und 4. Hierfür, hier wird es interessant, müsst ihr grotesk Debtors während Whispers of the Dead besiegen. Ich weiß A nicht, wer das ist und ich weiß nicht, was Whispers of the Dead ist. Bedeutet das, sind das die normalen Aufgaben, die wir in der Welt haben, hier während solchen Ereignissen. Wenn ich also hier Zombies besiege, können die das fallen lassen. Verstehe ich nicht ganz. Und Tree of Whispers Collections dort, ähm, gained from turning in Grimm Favors. Also es wurde ja schon gesagt, dass die Kisten bei dem flüsternden Baum jetzt zusätzlich neue Kisten enthalten. Das könnten diese Grimm Favors sein, die dann garantiert Varshan's Body Teile enthalten. Und jetzt wird es ganz interessant, wenn du genug Teile hast, including a malignant heart, ein böshaftes Herz, mit Season 1, wenn Season 1 vorbei ist, sollten eigentlich die böshaften Herzen weg sein. Ich weiß nicht, was hiermit gemeint ist, mit dem böshaften Herzen. Wird es in Season 2, beziehungsweise mit dem neuen Patch, wieder böshafte Herzen geben? Was ist das? Ist das einfach nur ein Item, was man nicht selber usen kann? Also was ist ein böshaftes Herz und wo kriege ich das her? Das wird noch ganz interessant, das steht hier leider nicht. The Beast in the Ice World, äh, Beast in the Ice auch, gibt es nur in Weltstufe 4, nicht in Weltstufe 3. Das heißt, Weltstufe 3, wenn ihr dort Nightmare Dungeons macht, könnt ihr kein Beast in the Ice bekommen. Das bekommt ihr, indem ihr Distilled 4 bekommt, indem ihr Tier 30, deswegen nicht Weltstufe 3, oder höher Nightmare Dungeons abschließt. Dort könnt ihr von allen möglichen Gegnern fallen. Und wenn du genug hast, kannst du zum Okkultisten gehen und euch ein neues Siegel erstellen, wo ihr dann Beast in the Ice herausfordern könnt. Dark Master, ebenfalls nur Weltstufe 4, wenn ihr Weltbosse in Weltstufe 4 oder Legion abschließt. Dort bekommt ihr exquisites Blut und wenn ihr genug habt, könnt ihr den dunklen Master herausfordern. Und Echo von Duriel, das ist natürlich auch nur in Weltstufe 4 möglich, ist, wenn die Grégoire und den Galvanic Saint besiegt, äh, Grégoire, äh, Galvanic Saint und Varshan besiegt. Dort kriegt ihr jeweils wieder Materialien, die heißen Muko Slick Eggs, Eggs sind irgendwelche komischen Eier, und Shards of Argany. Ähm, braucht ihr beides von beiden Bossen und wenn ihr genug habt, könnt ihr Duriel herausfordern und Duriel hat ja dann auch eine Chance, ein Uber-Unique fallen zu lassen. Also ganz interessant ist, was meinen die mit, ähm, boshaften Herzen bei Varshan, das verstehe ich gar nicht, weil eigentlich sollten die boshaften Herzen weg sein, wenn Season 1 vorbei ist. Schreibt's gerne in die Kommentare, wenn ihr dann die Idee zu habt. Eine kleine Info von mir noch nebenbei, es könnte, wirklich ohne Gewehr, es könnte im Eternal sein, dass die flüsternen Truhen, die ihr schon jetzt holt, Materialien von Varshan enthalten. Ich glaube, dass es nicht so ist, aber es könnte sein, dass sie zu einer geringen Chance auch Teile von Varshan beinhalten. Wenn ihr also jetzt gerade Diablo spielt und nicht wisst, was ihr tun sollt, könntet ihr flüstelnde Truhen sammeln, aber wie gesagt, ohne Gewehr. Dasselbe gilt für die Truhen, die großen Truhen vom Weltenboss, aber ich gehe davon aus, dass es nicht so ist, aber es könnte sein, dass diese Truhen auch Teile von den Endgame-Bossen beinhalten. Also wenn ihr eh nichts zu tun habt und Diablo 4 noch spielen wollt, dann sammelt auf jeden Fall diese Truhen. Vielleicht haben wir Glück oder habt ihr Glück und dort sind diese Teile schon drin, dann könnt ihr direkt im Eternal durchstarten und eventuell Varshan herausfordern. Lasst mal gerne eure Meinung unten in den Kommentaren, vor allen Dingen zu den boshaften Herzen da. Ich würde mich sehr über ein Follow freuen, wenn ihr da nichts verpassen wollt. Morgen findet ja auch der Campfire Talk statt mit den ganzen Änderungen zu den Klassen und zu den Unix und legendären Aspekten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie gesagt, ein Follow da. Lasst euch mich sehr über ein Like freuen und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.